Okay, hier im Video-Interview ist jetzt Chris Bird, Nummer 8 vom WMC Braunschweig, Co-Trainer, Top-Spieler der Mannschaft. Chris, wie war das Spiel für dich? Es war ein schwieriger Spiel heute. Wir haben sie in den Scrums dominiert, aber wir konnten es nicht sagen. Wir haben in den Vorwärts gewonnen, aber wir haben nicht geschafft, diese Dominanz zu bezahlen. Und ein paar Worte über die Opinions? Sehr gut in den Backen, wahrscheinlich größere Spieler, als wir in unserer Backline haben. Und sie haben nicht so viele Errors wie wir. Und ein paar Worte über die Zukunft des Fert-Messi? Heute war mein letzte offiziell Spiel für den Braunschweig. Ich gehe nach Paris, um zu spielen mit den Frenschweig. Ich denke, dass die Velfin, so lange das Team bleibt, für die nächsten zwei oder drei Jahre, ist es klar, dass es einer der Top-Teams in der zweiten Bundeswehr wird. Vielen Dank, gute Glückwunsch und Fans. Bis zum nächsten Mal. Danke, Coach.